Ich habe vom Nicht-Wallnerischen Landwirtschaftsdepartement die Bewilligung bekommen, die Grünstreifen der Autobahn und die Ränder der Autobahn links und rechts irgendwie landwirtschaftlich zu nutzen. Und Weiden, wie gesagt, das ist das Einfachste. Ja, wir waren zuerst schon etwas skeptisch und konnten das nicht ohne weiteres akzeptieren. Das ist ja klar. Aber die Versuche haben uns gezeigt, dass das Ganze ohne weiteres geht. Die Kühe sind ganz gut erzogen. Und man hat ja trainiert, dass sie ohne weiteres auf dem Mittelstreifen bleiben und dort weiden. Und wir haben nur noch ein Bitte an die Automobilisten, dass sie am Anfang der Autobahn das Kuhsignal dann beachten.